Musik Dieser Aufstand auf den Höfen ist ziemlich außer Kontrolle geraten. Jemand muss da wieder für Ordnung sorgen. Such die Erfinder-Droidin. Sie arbeitete an was Großem. Die Fahrstühle müssen dringend überholt werden und es ist kein Geld da. Dieser hier steckt fest, siehst du. Ich glaube, er geht wieder, wenn du mal ordentlich drauf haust. Musik 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 1, 2, 3, 2, 1, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18! Wie du siehst, hat ein böser Ochse unsere Waffenkammer eingenommen. Wir dachten, dass das Einfrieren der Wege Tiere fernhält. Der Ochse ist ziemlich hart. Ich rate dir, Bomben gegen ihn zu benutzen und selbst dann brauchst du mehrere Bomben. Die Unvergänger wird nicht in den Schiff des Ausgleichs. Die Unvergänger wird nicht in den Schiff des Ausgleichs. Der Waffen mit in den Schiffen ist der Schiffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Ah, Spyro, ich habe gehört, dass du kommst. Danke für deine Bemühungen, diesen Kuh zu vereiteln. Nimm bitte dieses Objekt, das lebenden Kreaturen zu gefallen scheint. Das ist eine Neuheit in Avala. Ein kombinierter Powerpunkt. Gott sei Dank bist du hier, um ihn zu testen. Diese Schafe in ihren Raumschiffen müssen aufgehalten werden. Das ist eine Neuheit in Avala. Das ist eine Neuheit in Avala. Das ist eine Neuheit in Avala. Hervorragende Arbeit! Du hast diese Schafe unsanft landen lassen. Dieses Kugelgerät ist ein Beweis deines Könnens. Ich wusste es! Die ersten Schafe haben einen Hilferuf ausgesandt. Jetzt kommt die nächste Flotte Untertassen. Ersten und anstrengen sich, den wir jetzt in der ersten Schafe in Bucht geben können. Soll das Stab! Die andere Stab! Sie werden sehr verwirrt, die Stab! Sie haben eine Schafe, die Stab! Sie sind nur auf der Stab! Sie können sich die Stab! Sie werden mit den Stab! Das war's für heute. Guter Flugflieger, du hast die Genialität meines Doppelpowerpunkts bewiesen. Nimm das hier als Erinnerung an deinen Sieg. Guter Flugflieger, du hast die Genialität. 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 Bald ist Tripto geschlagen, richtig? Richtig? Viel Glück jedenfalls. Er ist gleich hinter dieser Tür. Guter Flugflieger, du hast die Genialität.